Moin Leute, was geht? How to Fush hier. Heute geht's um Rekordhalter. Um Rekordhalter auf eine der legendärsten und auch anspruchsvollsten Strecken der Welt, dem Nürburgring. Welche Autos das sind, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß. Arbeiten wir uns mal hoch, von unten nach oben, was zumindest die Leistung angeht. Also, den Start macht der Renault Clio RS Trophy. Dieser kleine Flitzer mit 220 PS schaffte die gesamte Nordschleife in einer Zeit von 8 Minuten 23 und ist somit der schnellste Kleinwagen auf Nürburgring. Weiter geht's zum schnellsten Elektroauto mit Straßenzulassung oder auch zum schnellsten Viertürer. Den Porsche Taycan Turbo S 625 PS bringen dieses Kfz innerhalb von 7 Minuten 33 über die Strecke. Er löste somit den Porsche Panamera sowie den Tesla Model S ab. Wo wir schon bei Porsche sind, können wir gleich zum SUV springen. Hier ist nämlich der Sieger der Porsche Cayenne Turbo S Coupé mit 680 PS. Nochmal zum Vergleich, der Taycan brauchte 7 Minuten 33 und ist somit als Elektrolimousine nur 5 Sekunden schneller als der SUV. Der Cayenne hat es tatsächlich in 7 Minuten 38 geschafft. Zeiten und Dimensionen, die früher für Sportwagen nicht möglich gewesen wären. Weiter geht's zum schnellsten Nichtsstraßen zugelassenen Elektro Supersportwagen, dem VW IDR mit einer Systemleistung von 680 PS umrundete dieses Kfz den Nürburgring in 6 Minuten 5. Direkter Konkurrent ist der Porsche 919 Evo. Dieser ist jedoch nicht rein elektrisch, sondern ein Hybrid mit einer Systemleistung von 1160 PS. Dieser schaffte den Nürburgring mit einem Rundenrekord von 5 Minuten 19. Und um alles nochmal abzurunden, zu guter Letzt das Fahrzeug, was den Nürburgring am schnellsten umrundet hat, mit Straßenzulassung, weil der Rekordhalter ist ja der 919 Evo. Hier hat sich Mercedes verewigt mit dem AMG Project One. Die 1063 PS schleudern hat Fahrzeug in 6 Minuten 35 um die Runde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er ist nur 30 Sekunden langsamer als ein Nichtstraßen zugelassenes, vollelektrisches Fahrzeug. Das ist Wahnsinn. Jetzt seid ihr gefragt, was glaubt ihr, welches Serienfahrzeug wird als nächstes einen Rekord aufstellen? Abo, Like, Kommentar, gerne da lassen. Ich wünsche euch was. How To Fush war wieder hier. Ciao. Ciao.